Hey Freunde, hier ist die Deuter Abo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Faith the Unholy Trinity. Schon dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir hier in die Kanalisation runtergegangen. Und müssen jetzt hier weiter. Ich bin mir da nicht so wohl dabei. Okay, kann ich es lesen? I'm sorry, Gott, please save me. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh Gott, was ist denn hier geschehen? Was ist das da? Oh, eine Taschenlampe. Da ist ein Kind vorbei gerah. Was ist das? Gott! Oh Gott, Gott. Gott. Was ist der Ding? ¡Ich bin hier! Hier sei Her. Wo ist das? Oje, oje, oje! Be your bike forever! Ist es tot? Ich glaube... Oh! Komische Männer! Okay, dann gehen wir hier durch! Oh mein Gott! Was geht hier in dem Spiel ab? Oh Gott, ey, dieser Typ! Müssen wir dem wirklich hinterher? Ich mag das nicht. Ich mag das sowas von nicht. Ich kann das nicht lesen. Es ist Licht. Es ist Licht. Es ist Licht. Light. Sie hassen das Licht. Da geht es weiter. Ey, ich sehe nichts. Oh. Oh. Mordi ist... Tot. Und... They hate the light. Also wir müssen aufpassen, dass wir... Was muss ich denn hier machen? Ich bin... 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 Zuerk drängen. Mit... Ich bin... Und... ich hab den schlüssel für die tür weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier ja es ist ein extrem ist wieder beleuchtet gott sei dank was ist das für eine nonne er ist er ok wir müssen ihn verteidigen und dann ok ok ja 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 Spiritusaki, I will say of the Lord, he is my friend. Mortis. Okay, wir müssen ihn verteidigen. Okay, das ist ein bisschen schief gelaufen. Elami, lebatris, etfili, et spiritusaki. I will say of the Lord, he is my friend. Huh? Mortis. Was soll ich denn tun, um ihn zu verteidigen? Diese komischen Menschen laufen einfach. Elami, lebatris, etfili, et spiritusaki. I will say of the Lord, he is my refuge and... Jetzt bin ich tot. Mortis. Oh Gott. Wir sollen jetzt nochmals... Elami, lebatris, etfili, et spiritusaki. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. My Pope, in him I will trust. I shall... Ah, fuck. Mortis. Oh, mein Güte. Wir sollen jetzt nochmals... Versuchen wir's nochmals... Versuchen wir's nochmals... So, komm schon. Elami, lebatris, etfili, et spiritusaki. Boah, die stellen mich einfach zu ihm hin. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. I don't in him I will trust. I shall not be afraid of the terror in the light, nor the evil that might feel guardless. I shall be whom fear you are both weakly. Because I have made you or I refuse. We shall not even defend me. For these shall be failed to guard over me. We shall be a big for help. And I shall trade a path of their built. Because I have said I'm often party. So, komm schon, komm schon. Ich pisse dich, Rotmänner. Komm schon. Oh Gott. Geh weg von mir! Nein! Oh, shit. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Wo ist sie? Das ist sie. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Geh weg von mir! Gott. Ich muss ausweichen. Kann ich stehen bleiben. Weiche von uns! Oh Gott, der... Und ausweichen? Weiche von uns! Nein, wieso? Jetzt ist er tot! Oh! Oh! Ah, er steht tot! Okay, es will nicht so einfach nochmals! Und wenn möglich ohne, dass er drauf geht! Er läuft mir hinterher, ich muss ihn einfach in Sicherheit bringen jedes Mal! Oh mein Gott, jetzt wurde er schon fast wieder getroffen! Weiche von uns! Ach meine Güte, wieso? Um, 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 um! Ah, mitten reingelaufen! Dann ist nochmals! Aber schon... Oh! Okay! Wir sehen uns gleich wieder! Ah! Ich habe sie aufgehalten, sie töten mich trotzdem was zur Hölle! Oh mein Gott, ey der Bosskampf ist richtig schwierig! Ich habe sie mit dir! Oh mein Gott! Oh-oh! Oh! 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 Oh, oh! So, komm schon, geh endlich drauf! Oh mein Gott, jetzt macht sie diesen Angriff, oh mein Gott, wir sehen uns gleich wieder. Der Bosskampf ist übel schwierig. Yes, wir haben's, wir haben's! Was zur Hölle? Es war alles nur ein Traum. The Morning Breaks. Ich hätte gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Faith the Unholy Trinity wieder. Ich habe gerade Ewigkeiten für diesen Bosskampf gebraucht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut auch gerne bei den anderen Projekten vorbei, bei Modern Warfare 2 oder bei High on Life. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haus커 Tabas.